Hallo, heute beschäftigen wir uns mit einem Gerät für das Training zu Hause. Genauer gesagt geht es um eine Kraftstation von der Firma Artsport. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Viele Menschen betreiben in ihrer Freizeit Kraftsport. Obwohl der gesundheitliche Aspekt dabei eine große Rolle spielt, so gibt das Krafttraining doch häufig auch die Möglichkeit den Geist zu entspannen. Oftmals werden derartige Übungen in Fitnessstudios durchgeführt. Allerdings geht der Trend immer mehr zum Training in den eigenen vier Wänden. Mit einer Kraftstation kann man viele unterschiedliche Übungen ausführen, in manchen Fällen reicht es sogar als einziges Gerät aus. Aus diesem Grund haben wir uns mit einer solchen Maschine auseinandergesetzt. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr je nach Angebotszeitraum auch noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Die Kraftstation Profi Gym 2000 aus dem Hause Artsport überzeugt besonders durch seine Vielfältigkeit. Mit diesem Gerät ist ein effizientes Ganzkörpertraining zu Hause möglich. Es können Übungen für Schulter- und Armmuskulatur ausgeführt werden, dazu aber auch Einheiten zur Stärkung der Brust- und Rückenmuskulatur. Schließlich können sogar Beinübungen durchgeführt werden. Dies alles liefert dieses eine Gerät auf wirklich wenig Raum. So können für die Schultern, Frontheben am Kabelzug gemacht werden, für die Brust Butterfly, für den Rücken-Lattzug oder Rudern am Gerät, für den Bizeps die Curls am Kabelzug, für den Trizeps Trizepsdrücken am Kabelzug und für die Beine, Beinstrecker oder Beinbeuger im Stehen. Hierbei handelt es sich zudem nicht um eine vollständige Liste, sondern nur um Beispiele für die vielseitige Einsetzbarkeit des Geräts. Das Komplettset umfasst eine Stange für Butterfly, eine Stange für Latzug und eine Stange für Bizeps-Seilzug und den Beintrainer. Zusätzlich sind neun Gewichtsplatten dabei, die insgesamt ein Gewicht von 40 kg für das Training zur Verfügung stellen. Mit diesen kann das Trainingsgewicht individuell angepasst werden. Durch eine stetige Erhöhung des Gewichts wird ein optimaler Trainingseffekt erreicht. Die Kraftstation sorgt für ein sicheres Training auf mehrere Weisen. Rutschfeste Griffe sorgen für optimalen Halt beim Training. Eine sichere Ausführung der Übungen wird so gewährleistet. Füße aus Kunststoff erhöhen die Standsicherheit der Station, während man daran trainiert. Dazu ist auch die Verarbeitung des Produkts hochwertig. Eine massive Konstruktion aus Stahl mit großen Verstellbohrungen an den Gewichtsplatten sowie Sitz- und Rückenpolster mit strapazierfähigem und pflegeleichtem Kunststoffleder bezeugen dies eindeutig. Vergesst nicht, bevor ihr bestellt, noch einmal die Infobox zu checken. Dort findet ihr das Angebot mit dem besten Preis, welches wir bei unserer Recherche finden konnten. Das Gerät ist insgesamt ziemlich platzsparend, da die Kraftstation aufgrund ihrer schmalen Breite nur sehr wenig Fläche einnimmt. Die Gesamtmaße belaufen sich auf 110 x 142 x 201 cm, wodurch die Maschine auch in kleinen Zimmern oder auch Kellerräumen Platz findet. Auch das Design des Produkts kann überzeugen. Es ist sehr dezent und fügt sich daher in die Raumoptik ein. Allerdings wirkt es auch sehr modern, wodurch es nicht negativ auffällt. Die Kraftstation kombiniert so ansprechende Optik und extreme Funktionalität in einer Maschine. Insgesamt zeigt sich das Profi Gym 2000 von Artsport als hervorragende Alternative zum ständigen Besuch im Fitnessstudio. Es lassen sich sehr viele unterschiedliche Übungen absolvieren und mit den verschiedenen Gewichtsplatten individuelle Einstellungen für das Training vornehmen. Auf diese Weise kann man auch die Trainingserfolge sehr gut nachvollziehen und die Einheiten in ihrer Intensität an das eigene Level anpassen. Wer sich den Fahrtweg und die Kosten für das Fitnessstudio sparen will, der kann mit diesem Gerät einen guten Anfang machen. Wir hoffen, dass wir euch einige hilfreiche Infos geben konnten und dass ihr Spaß mit dem Video hattet. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.